Das Leben in New York ist etwas ganz Besonderes. Ich wollte immer hier leben und bin glücklich, dass ich es mit meiner Familie geschafft habe, hier zu sein. Aber ich glaube, in meinen Bildern ist New York kaum zu spüren. In meinem Studio fühle ich mich wie in einem großen Aquarium, in dem ich ganz für mich an dem arbeiten kann, was ich liebe. Als ich meine Tochter erwartete, suchte ich nach einer Metapher für etwas Frisches, Sauberes und Pures. Und Wasser ist perfekt dafür. Seitdem arbeite ich mit Figuren, die im Wasser schwimmen. Es geht mir um Seinszustände wie Ruhe oder Einssein mit der Umgebung und ich erkunde, wie sie sich anfühlen. Musik 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 Interessant für mich war auch die Erforschung des Lichts und der Formen und die wechselnde Farbe des Wassers, Rot, Gelb oder Grün. Ich denke, der Fokus der Bilder liegt da, wo der Körper und die Wasseroberfläche sich verbinden. Die Wasseroberfläche wird zur Zimmerdecke, zum Spiegel, der reflektiert, was unter der Oberfläche ist und Splitter der Welt oben zeigt. Mir gefällt, wie die Wasserreflexe fast psychedelisch werden. Die Menschen auf den Bildern sind oft die Mitglieder meiner Familie. Vor einigen Jahren haben wir diese Höhle in Mexiko entdeckt, mit diesem natürlichen, sehr dunklen Wasser. Aber wenn man untertaucht, ist es so klar wie die Luft, kristallklar. Es gibt keine Schwerkraft und das war für mich eine hervorragende Gelegenheit, an den Figuren zu arbeiten. Viele Jahre lang habe ich mit einzelnen Figuren im Wasser gearbeitet. Ich wusste nicht so recht, wie ich mit mehreren Figuren umgehen sollte, denn sie waren ja nackt und dann fragt man sich als Betrachter immer, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Aber wenn sie etwas anhaben, ist es viel leichter. Um die Ecke liegt der botanische Garten, mit einem wunderschönen japanischen Garten und mit Kois. Der Teich dort gleicht dem auf meinen Bildern. Er ist sehr dunkel, dramatisch und die Farben brechen sich im Wasser. Es ist wie eine Oase in der Stadt. Viele Jahre arbeitete ich an Bildern, auf denen die Figuren kämpften, um Luft drangen oder Angst hatten. Aber ganz ehrlich, in der jetzigen Phase meines Lebens bin ich einfach glücklich. Wenn ich ein universelles Thema meiner Bilder benennen sollte, dann würde ich sagen, es ist das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal in der Stadt. Das Verhältnis des ZDF für funk, 2017 Such ein, das Erlalayer